Okay Leute, ich starte mit dem Kampf neu. Bis gleich. So Leute, weiter geht's. Und wir sind immer noch im Kampf. Und es leckt nicht mehr, warum bloß? Oder nur ganz wenig. Aber wie gesagt, ich kann immer eine Session aufnehmen, so 20 Minuten und dann spackt es ab. Dann muss ich das anscheinend wohl öfter neu starten. Vielleicht liegt das dann auch an meinem PC, dass der dann irgendwie so ein bisschen seinen Spack kriegt. Oh, freust du dich oder warum hübst du so rum? Ja, aber ich freu mich auch, dass ich hier bin. Super, tschüss. Und da der Weg nach oben. Dort werden wir gleich ein Stonesword finden, wenn es so ist wie im letzten Achtung. Freunde, das was ihr könnt, kann ich schon lange. MG Feuer! Nein, komm schon! Ich töte dich! Sauber! Kann ich die Pfeile wenigstens wieder mitnehmen? Nein! Ah doch. Ah doch, eine Menge Pfeile kann ich wieder mitnehmen. Dann gehen wir nochmal ein bisschen durch die Pfeile, nehmen ein paar mit. Wäre schade, wir brauchen ja für die nächste MG-Session wahrscheinlich auch wieder einige. So, hopp! Komm schon! Da hatte ich aber mehr Pfeile benutzt. Da hatte ich aber mehr benutzt. Da war nicht alle von denen. Die Cheater, die dreckigen Cheater. Da haben sie sich welche in die eigene Tasche gesteckt. Oh, diesmal keine MG-Action. Diesmal True-Kill-Action. Oh. Wo bist du? The last Ahmed! I will kill you! Ach so, das Wort Ahmed, damit ihr Bescheid wisst, wo überhaupt das herkommt, kommt im Übrigen, also jetzt hier diese Bezeichnung für dieses Gelette, von diesem Comedian da, der dieses Ahmed the Dead Terrorist gemacht hat. Oh, guck mal, was wir anhaben! Warum sehen wir aus wie ein roter Creeper? Ey, was soll das? Warum haben wir so was an? Ach, wir haben einen Umhang an. Ach so. Interessant, interessant, interesting. Und da haben wir das Stone Sword. Sauber! Jetzt sind wir doppelt so stark, Leute. Ja, mit diesem Schwert können wir einiges mehr reißen. Und jetzt werden wir in die unteren Etage gehen. Und hier hüpfen noch einige Pfeile. Sehr schön. Nehme ich natürlich alle mit. Ich meine, warum denn nicht? Ja, also, wenn ihr die nicht haben wollt, Skelette, dann nehme ich die gerne mit. Zack. Alle und Knochenmehl auch, weil Knochenmehl darf man ja nicht benutzen. Und es gibt ja auch überhaupt irgendwie nichts, wo man das benutzen kann, meiner Meinung nach. Wo das jetzt also besonders hilfreich ist, wenn man Bone Meal benutzt. Aber okay. Floor 2. Ach so. Ihr habt euch gedacht, er war eben da. Ich komme nochmal wieder. Jetzt habe ich meinen Stone Sword, Leute. Nehmen wir jetzt mal die Herzen mit. So. Komm schon. Stirb! Bringt euch gegenseitig um. Und tschüss, ihr Loser. Diese dreckigen kleinen Loser. Oh! Hallo! Habt ihr Monsterparty heute? Hören wir? Halloween ist vorbei. Und warum? Aha. Und der Sound ist... What the fuck? Der Sound ist wieder abgespackt, Leute. Auf einmal kam wieder dieses Zeitgeräusch und der ganze Sound ist abgespackt. Voll. Woran das wohl liegen mag? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Sound schon wieder abgespackt. Der Sound ist schon wieder weg. Schade, schade, schade. Floor 0! Oh my goodness! So, komm, zack. Oh. Ja. Ey. Lasst ihr mich am Leben? Oh oh. Oh oh, Leute. Die Spinnen sind ganz besonders nervig, weil die schneller sind als man selbst. Oh oh. Herzen give me the hearts. Ach so, falls ihr euch das auch hier runterladen wollt, einfach mal bei mir auf die Seite in Adventurecraft oben drücken auf dem Banner. Da kommt ihr dann zu dem, wo ihr das hier downloaden könnt. Ja. Oder einfach in die Beschreibung gucken. Ich hoffe, ich hab den Link jetzt reingepostet. Ich möchte nämlich jetzt... Also ich gucke, dass ich den jetzt immer wieder reinposte. So. Aha. Ist ja auch gar nicht übertrieben. Und jetzt leckt es wieder. Das kann aber jetzt wirklich an der Menge der Monster liegen. Nur so nebenbei bemerkt. Das kann ich auch nicht übertrieben werden. Nein. Ihr Scheißkinder. Ich hasse euch. Ich bin gestorben. Haha. Warum nur? Und noch... Nein. Nochmal alles neu. Alter. In was für einer Zeit lebt ihr denn? Und das Stone Sword bringt mir gar nicht so viel. Toll. Ja, eh, Heck. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Komm her. Ich hasse die Achmeds. Okay. Wir werden jetzt zum Lehrigen deren Fighter werden. Und alle töten, Leute. Jetzt reicht es mir. Ich hasse die Achmeds. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, muss ich Adventurecraft gleich nochmal neu starten. Nachdem wir den Kampf hier gewonnen haben. Ey, das geht doch schon runter. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hä? Yo. Alles fertig. Alles fertig. So, ich starte nochmal neu. Yo. Geht auch direkt weiter. Achmed. So. Hier waren jetzt schon ein paar Spinnen. So. Zack. Sag euch, jetzt werden wir zum legendären Fighter. Seht ihr das? Wir gehen hier raus, ohne ein Leben zu verlieren. We are the legendary fighter. So. Das haben wir eben auch noch überlebt. Das Geheimnis ist, sich die Spinnen einzeln nacheinander vorzunehmen. Die Achmeds sind dann nur noch ein kleineres Problem. Wunderbar. Und jetzt kommt es. Die Aufgabe, an der wir eben gescheitert sind. Die Aufgabe, an der wir jetzt zum Helden werden. Ich hasse euch alle. So. Und da haben wir es schon so gut wie geschafft. Denn wir haben eine riesige Herzregeneration. Wir brauchen nur rumlaufen und kriegen Herzen aufgefüllt, weil sie dort rumliegen. Alles klar. Und was haben wir hier? Bomben für so eine Scheiße. Ich glaube der wohl. Bald gebe ich aber Schläge, wenn das so weitergeht mit den Items. Und was haben wir hier? Aha. Ein weiterer Kampf zwischen mir, Skeletten und Spinnen. Alles klar. Aber wir are... We are the legendary fighter. Never can hit us. Never can beat us. Ach, zack. Und ich würde sagen, wir gehen auch wieder... Ah, okay. Wenn er jetzt Herzen gibt mit Full Life. Nein. Mit fast Full Life. Eine Etage tiefer. Ich komme vor wie bei der Arnhülle. Floor 3. Ah, okay. Und ich versuche es so authentisch herüberzubringen. Wie beim ersten Mal. Wird sich Zelda hinter dieser Tür verste... I hear a noise. Who are you? Wird sich Zelda hier verstecken? Dort sehen wir Zelda. Who are you? Link! Endlich haben wir sie gefunden, Leute. Dort ist Zelda. Thank you for coming to save me.